Ich fange jetzt einfach an und werde im Laufe des Vortrags Dinge zu mir erklären. Ich danke für die Beantwortung, ich danke überhaupt der Frau Rektorin, dass sie mich eingeladen hat. Ich habe sie ja in Wings kennengelernt vom ersten Jahr am letzten November und sie haben das eigentlich recht schickt gemacht. Ich bin ja ein Newcomer und sie haben sie gerade jetzt in der Stadt einknarrt und nach Kärnten eingeladen. Ich danke ihnen dafür. Mittlerweile bin ich gescheit viel beschäftigt mit solchen Sachen und ich hoffe, ich kann ihnen ein Stück hier etwas über Architektur und Schulgeschichte erzählen. Ich werde am Anfang ein bisschen Stoff machen und zum Schluss gibt es dafür ein paar Bilder. Kannst du nicht? Wir fahren mit der Schule an. Ich werde ein paar Dinge zu dem Ganzen jetzt erklären, warum es zu dem Titel kommt. Schule war ja, wie Sie alle wissen, immer ein Ort der Muße. Ich habe mich versichert, ich glaube, man schreibt es so richtig, sind Deutsch in einem Raum? Alles okay? Passt, danke. Das nächste, was ich besprechen möchte mit Ihnen, ist dann Raum. Und da habe ich dazu geschrieben Raum statt Gestalt. Das halte ich für eines der wesentlichsten und wichtigsten Dinge, an denen ich in diesem Jahr arbeiten werde und möchte in Österreich. Und das dritte ist Kultur, und zwar die Kultur, also eine Frage des Umgangs, des Umgangs mit den Dingen, wie mit den Menschen. Ich glaube, dass es eigentlich, ich sage es mal so, es gibt unter den Fachleuten nicht wirklich ein Erkenntnisdefizit. Es gibt nur in unserer Gesellschaft ein Handlungsdefizit. Und das Handlungsdefizit hängt eigentlich an den personalen Kompetenzen der handelnden Akteure. Und das habe ich hier mit diesen drei nicht wirklich lustigen Gekritzen dazu geschrieben. Ich glaube, dass in der Schule viel zu viel Druck und Stress herrscht. Ich sage das als nicht ausgebildeter Pädagoge. Ich glaube, dass die Schulgebäude ein Ausdruck auch von Ängsten sind. Also wenn ich nur darüber nachdenke, dass ein Schulgebäude brandsicher sein muss, putzbar sein muss, dass da überall einsichtig sein muss, dann ist das ganz schnell klar. Stellen Sie sich vor, nur weil ich mir jetzt noch dieses fantastische Innenraum da drüben angeschaut habe, bei euch hier im Gymnasium, stellen Sie sich vor, ich als Architekt komme in einer Neubauplanung und sage, wir machen offene Baumgänge. Das dauert genau zwei Minuten und bin wieder draußen dann mit dem Auftraggeber. Das ist einfach nicht machbar als Neubau. Aber offensichtlich sind die Menschen, die hier ausgebildet werden, noch nicht auch noch lebens- und gesellschaftsfähig. Und es steckt auch sehr viel Misstrauen und sehr viel Missverständnis zwischen den Akteuren und auch zwischen den Fachdisziplinen. Und die Fachdisziplinen sind die Pädagogik, die Architektur und eine Disziplin, die es als solches jetzt nicht so klar gibt, aber ich sage mal, alles, was zum Thema Prozess dazugehört. Und deswegen passt mein Label oder die Forschungsplattform, die wir auf der Kunst von den Linz installiert haben, eben Schulraumkultur. Und da steckt ganz viel drinnen, nämlich es steckt die Schulkulturen drinnen. Und das ist etwas, wenn ein Architekt oder eine Architektin an einen Auftrag herankommt oder einen Wettbewerb gewinnt oder eingeladen wird, einen anderen Forschungsprozess für den Vorlauf einer Planung zu entwickeln, wo man halt schaut, was da ist und wo die Schule steht. Und da kann man sie dann abholen. Und manche Schulen holt man eigentlich, ich sage es jetzt mal, eben sehr zu produzieren aus dem Mittelalter ab. Und andere sind eigentlich schon im 21. Jahrhundert und das ist eigentlich eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, wenn man Schulen so planen würde, wie wir uns das vorstellen und nicht wie die übliche Praxis noch in Österreich ist. Das nächste, das da drinnen steht, ist natürlich die Raumkultur. Und da spreche ich jetzt Sie als auch Nutzerinnen und Nutzer an. Die Raumkultur ist einer der wichtigsten Aspekte für die Nicht-Architektinnen und Architekten, für die Leiden. Es geht letztlich eigentlich nur um eins, es geht um die Sensibilisierung. Es geht darum, dass Sie an sich glauben, dass Sie wissen und Ihre Körper wissen, was Sie im Raum erleben und was Sie im Raum tun. Und ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, wenn Sie eine Candle-Light-Dinner haben und Sie gehen in ein Restaurant am Abend und Sie sind unter den ersten Gästen und kommen in eine Bank an. Ich wende was, dass Sie sich den besten Platz suchen können. Sie haben diese Raumkompetenz. Sie können das. Wenn ich aber in einen Lehrer-Kollegium gehe und sage, Leute, was wollt ihr, was braucht ihr aus Räumen, dann weiß ich auch aus Erfahrung, dass hier auf einmal Stress vorhanden ist. Da gibt es einen Architekt, der kommt jetzt, der will was von uns, da gibt es Autoppehler, die lassen uns eh nicht zugehe und so weiter. Da kommen ganz viele andere Dinge rein und die Menschen sind weg von ihrem sinnlichen Vermögen. Und das Wichtigste ist, das muss man natürlich auch trainieren, kultivieren, Raumkultur ist sozusagen eine der Grundvoraussetzungen in den Schulen, um mit der Fachwelt, zum Beispiel den Architekten und Architektinnen, in ein gutes Gespräch zu kommen. Und da steckt auch natürlich der Schulraum drinnen. Und da möchte ich auch dazu sagen, der ist nicht so wichtig wie andere Sachen in der Schule. Ich, also Sie kennen ja, ich weiß nicht, ob Sie sagen können, aber Sie kennen ja, das ist jetzt schon, ich kann es schon fast recht mal hören, von Laris Malaguzzi, der Raum, da geht die Pädagogin, ja. Zuerst gibt es dann noch die Mitschüler, die Mitschülerinnen, auch den Lehrer, die Lehrer. Nein, ich persönlich glaube, dass Beziehung die erste Pädagogin ist. Und die Erregung kommt dann viel, viel später. Sie kann auch nichts retten. Also man hat natürlich immer große Hoffnung an das Ding, da werden dann Millionen Euro umgesetzt. Aber in Wirklichkeit kann sie, wenn es gut bedingt, gut dienen und gute Voraussetzungen schaffen. Aber sie kann nicht das Eigentliche richten. Das ist das, was die Menschen umweilen, aber in Schulen sich rausmachen, die Erwachsenen und die noch nicht so Erwachsenen. Ja, und deswegen ist für mich das Wichtigste in der Arbeit, die, ich sage mal, mit wir, eine Handvoll Leute in Österreich, die wir da machen, das sind Architektinnen und Architekten, die sich damit aus dem Ort setzen, dass wir eine andere Art von Prozesse in der Schulaufnahme brauchen. Das Wichtigste ist, dass die Schulen nicht das Ansteigen gedacht werden, dass der Prozess die Schulen nicht das Anstalten produziert, sondern dass wir an Lebensräume denken. Weil, wenn ich mir hier ein Foto nehme aus der Schule, wo ich auch tätig bin ein bisschen, im BRG Traum, dann ist das zum Beispiel ein aktueller Stabschuss zu einer der Fitches im Ganztag. Und das wird es nicht sein können in Österreich, wenn Ganztag mal so ausschaut. Wir haben in Österreich 100 bis 200 Schulen, die jährlich umgebaut werden. Oder auch, wenn jährlich baulich irgendetwas gemacht wird. Entweder sie werden saniert, das ist natürlich notwendig, wenn die Kisten all werden, dass man es eindeckt, wärmendet, etc. total saniert. Oder es gibt die Ganztagsgeschichte, die immer mehr im Land greift, und die erfordert natürlich auch bauliche Maßnahmen. Oder es gibt Zusammenlegungen von Schulen, die natürlich ökonomische Hintergründe haben, das wissen wir alle. Oder eben auch den Ausbau zu einem Inklusionsstandort. Nur, da gibt es natürlich überall Schwierigkeiten oder verschiedene Arten und Weisen, da heranzugehen und darüber nachzudenken. Man kann natürlich bei der Nachhaltigkeit nur an die Wärmedämmung und die Ökodaten denken. Man kann beim Ganztag mit einer neuen Formel in das alte Formelheft von Raumprogrammen reingehen und die Formel heißt dann halt einfach Aufwärmküche, Essraum, Aufenthaltsraum, fertig. Oder wir können natürlich auch, und das ist ganz interessant, bei Zusammenlegungen beobachten wir, hier gibt es ganz viel Moderation, auch im Bau- und Schulraumprozess. Meistens muss ja dann ein Posten später weniger sein. Und dann erkennt man vielleicht auch, warum manchmal Moderation auch für etwas anderes verwendet werden will oder muss. Und es gibt den Ausbau zum Inklusionsstandort, aber Inklusion ist eben mehr als nur, dass man jetzt auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen mit reinholt in die Schule. Inklusion ist ja ein ganz anderer Zugang vom Denken in einer Schule. Also in Wichtigkeit ist ja Inklusion ein Fest der Vielfalt. Und mit das geht es dann in der Zukunft. Und Vielfalt liegt nicht nur, ob ich jetzt im Rollstuhl sitze oder nicht im Rollstuhl sitze, sondern Vielfalt ist auch, ob ich gut singen kann und über Gehör ganz viel lernen oder ob ich es nur mache, wenn ich gut schreibe, weil es über eine echte Hand im Schreiben geht. Also es ist auch eine Frage der Lerntypen und der Verschiedenartigkeit von Schülern und Schülerinnen im Grunde und in der S-Halten. Ja, und ich denke, dass es in Österreich keine einzige Schule mehr geben sollte, die nur mehr Wärme gedenkt und technisch saniert wird. Das ist ein Fehler, weil das Ding ist dann 30 Jahre eingebacken. Wenn es mit Plastik eingebacken wird, wird es dann vielleicht schon in 20 Jahren wieder aufgemacht, wenn man das Ding dann abgeschaltet sorgen muss. Das halte ich sowieso für einen technischen Fehler. Es ist halt sehr kostengünstig. Aber in Wirklichkeit, wenn man eine Schule angreift, muss man sofort mit der Schule sprechen und die Schule fragen, wie schaut es ausgleichend? Wo steht es hier? Wo entwickle ich euch hin? Was habt ihr für Ideen? Was habt ihr für Inhalte? Wie wollt ihr in Zukunft lernen? Und wenn wir sie jetzt schon angreifen, die Schule, dann machen wir sie ein Stück mehr. Vielleicht macht man es halt nicht so schnell und nicht so oft. Aber die, die man angreift, sollte man inhaltlich und nicht nur so angreifen, dass wir ihre Haut erneuern. Beim Ausbau für den Ganztag geht es darum, dass man versteht, dass Ganztag in einem Schulgebäude eben mehr ist, als drei Räume dazugeben. Es ist etwas, was mit einer ganz anderen Art und Weise des Denkens für die Schule ist. Es geht darum, dass man die Jugendlichen und die Kinder zu bringen, leben und nicht zusätzlich zum Umricht auch noch ein bisschen aufbewahrt werden müssen. Auch hier ist es eine Frage, eine grundsätzliche Frage, wenn das nicht in unsere Köpfe hineingeht und damit weich jetzt bringen die Architektinnen und Architekten und die Schulbauverwaltungen und die Baudirektionen auch in den Landesregierungen und natürlich auch im Bund, wenn wir das nicht so denken, dann haben wir hier wieder Babyinvestitionen, die im Prinzip volkswirtschaftlich unnachhaltig sind. Und das Nächste sind die Zusammenlegungen von Schulen, das kommt massiv auf uns zu, ich glaube ich kenne einige wir ja auch in Hernten wo das jetzt passiert und da geht es darum, dass man aus diesem Faktum, aus diesen ökonomischen Notwendigkeiten eine Kultur entwickelt, dass man nicht gleich mit dem Umbau und der Zusammenlegung in eine neue Kooperation geht. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, das geht dann nicht in einem halben Jahr bis zur Einreichung, sondern braucht man dann eineinhalb Jahre, weil man muss diese zwei, drei Schulen zusammenführen und schauen, was kann die Schule, was kann die Inneschule, wo sind die Qualitäten dieser Schule und wo sind die Synergien. Ich bin in der Meinung, dass das Umbauen und Verändern unserer Schule nicht wirklich eine Frage von Mehrkosten sind, sondern von einer anderen Art des Bauens. Ja, und dann gibt es noch die Inklusionsgeschichte, die habe ich ja schon kurz erklärt, ich halte das für eine feste Vielfalt und es geht hier darum, dass man nicht sortiert im Kopf, in der Haltung, sondern dass man vermischt. So, jetzt machen wir einen kurzen Ausdruck in die Geschichte. Ich möchte Ihnen einen Gedankengang näher bringen, der zeigt, wie wenig wir uns eigentlich bewegen historisch gesehen. Ich gehe jetzt ungefähr 300 bis 150 Jahre zurück und im Prinzip die alteuropäische Schule, die Frühform von Schulen, das war eine Schule, die ja eine sehr einfache Angelegenheit war. Sehr oft war das ein Raum, sehr oft war das ein Lehrer mit einer Wohnung und einem Raum mit allen Kindern. Also der hat Inklusion nicht gekannt, das Wort aber einfach praktiziert. Ich mache, ich muss jetzt natürlich dazu sagen, ich glaube noch jetzt viel aus, wir reden jetzt nicht über die tragische Geschichte der schwarzen Pädagogik etc. Ich will hier nur einen Gedankengang über die Raumentwicklung herausschäden. Schlagen Sie mich nicht, wenn ich das jetzt sozusagen ausklammere, diese Ausfälle, es ist schon klar, dass ich was getan habe. Aber ich fange jetzt an mit dieser einen Skizze. Sie haben für Sie links den einen Raum und Sie haben rechts das, was Sie alle kennen. Sie verstehen diese Zeichen und das ist ein Grund, da ist in der Mitte des langen Rechten ist der Gang rechts und dritt die Klassen. Denken Sie sich, die rechte Hälfte weg und Sie haben das begegnet, wenn Vorsicht in seinem Grund das Klasse-Klasse-Klasse-Gang, nur dass der Gang ein Freiwurfgang ist. Das ist etwas, was wir bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts geschafft haben in Europa in unserer Welt, in unserer Welt, muss man so sagen, in der Welt und in Europa. Wir haben es von einer, ich sage es jetzt mal so, ich zitiere hier, ich beziehe mich hier auf einen Schulbau- und Schulraumforscher aus den 60er-Jahren, den Hermann Lange aus Deutschland, der ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, das heißt Schulbau- und Schulverfassung in der Vormodelle. Er spricht von einer Vormodelle, von einem alten Europa. Das ist das Europa vor der Aufklärung, also Europa vor der Industrialisierung. Also er spricht hier von einer Einheitlichkeit im Unterricht, auch freundlich, und dann von einem isolierenden Einheitsbegriff. Ich schreibe Ihnen hier ein paar Begriffsbahnen dazu, dass Sie sich ein Bild machen können, was hier passiert ist. Das ist jetzt sozusagen 300 bis 100 Jahre alt. Das ist das Erbe, das wir von uns haben. Das ist auch das, was wir auch in den Kopf haben. Wenn ich an dieser Stelle mal fragen dürfte, wer von Ihnen hat, welche Art von Schule besucht, als Jugendlicher, als Kind, ich frage Sie als erstes eine Garnschule. Sie wissen, dass es das Modell Wegbring, meistens nicht mit Offerengängern, sondern geschlossen. Wer von Ihnen war in der Schule in einer Garnschule? Sehen Sie, das ist die absolute Mehrheit. Mehr als zwei Drittel, 80, 90 Prozent üblicherweise. Das ist das Ergebnis dieser Entwicklung in Europa. Und ich zeige Ihnen, dass diese Entwicklung nicht mehr ein preußisches Thema ist, man sagt immer, die Preisen haben das gemacht, mit dem müssen wir jetzt leben, sagt er. Es ist in ganz Europa passiert. Verschiedene, natürlich in England wieder ganz anders als wir noch mal eine andere Tradition haben, was Wohnen und den Hall betrifft, im Zentrum an der Schule. Aber hier ein Beispiel aus knapp um 1800 in Dänemark, wo ganz viele Schulen damals umgebaut haben. Sie sehen oben die Schule vor dem Umbau, wo Sie rechts leeren, das heißt rechts Balkon, rechts leeren Wohnungen sehen, und links die zwei Räume, wo gelernt wurde. Und Sie sehen unten nach dem Umbau 1805, wie dieses Ding dann ausgeschaut hat. Es ist jetzt nicht im Detail wichtig, ich will es ja auch nicht, dass Sie das jetzt genauso durchschauen, aber Sie sehen ja oben zwei große Räume, unten ein Gang mit dieser aufgefehlenden Geschichte. Ich mache Ihnen hier ein paar Symbole rein, dass Sie so ein Gefühl dafür aufbauen können. Unten dieser Gleichschritt, zack, 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 zack. Und oben diese zwei Räume, die konzentrischer funktionieren, die mehr Richtungen in sich tragen. So, und jetzt mache ich einen Sprung. Jetzt gehe ich in die Zeit von vor 40 Jahren. Die letzten großen Versuche, Schulraum und Schulbau zu verändern, die lasten 20er Jahre die Moderne aus. Wieder eine Zeichnung. Jetzt haben Sie links unser sogenanntes preußisches Erbe, aus der Entwicklung dessen, wie wir alte Europa verlassen haben. Und jetzt haben Sie rechts wieder dieses Quadrat, das mal die Einheits- und Einraumschule war. Und Sie haben jetzt diese Kreuzchen drinnen. Das ist unter Architekten und Architektinnen das ein Symbol für Stütze. Für eine Stahlbetrocksstütze oder Stahlstütze oder Holzstütze. Und das ist jetzt, nennt man bei uns im Fachgebiet einen Stützenraster. Stellen Sie sich vor, zwischen den Kreuzchen sind immer 7, 8 Meter Abstand wie in einer Tiefgarage. Das kennen Sie alle. Und das ist jetzt eine Fläche mit lauter Stützen und die ist wieder frei. Das war einer dieser Träume aus den 70er Jahren. Ich habe hier eine Exkursie von einem Architekten aus dieser Zeit. Das ist derjenige, der das ungesahrende im Traum erbaut hat oder erschaffen hat in seinen Gedanken. Und ich lasse Ihnen den jetzt durchlesen. Oder soll ich es vor? Ich setze es noch hin. Ich lese das vorher. Es ist aber möglich, dass die wesentliche Änderung in Bezug auf die grundrissliche Organisation des Schulhauses die Ablösung der derzeitigen Klasse mit weitgehend fixen Schülerzahl durch große Gruppen, kleine Gruppen und Einzelunterricht sein wird. Das ist das, was ich schon sehr oft höre, auf allen Symposien und Kongressen in ganz Mitteleuropa, dass wir jetzt wieder in eine Vielfalt von Lernsettings kommen. Da gibt es diese berühmte Formel 30-30-30-10. 30 Prozent Einzelarbeit, 30 Prozent Kleingruppe, 30 Prozent Instruktions- und 30 Prozent Großgruppe zum Beispiel, ohne dass das jetzt einen Anspruch auf ein allgemein gültiges Rezept hat, aber das geistert so durch die Szene. Und zu sehen, das ist überhaupt nicht neu. Wahrscheinlich, das hat auch nicht der Eisling erkunden, das haben schon leider schon im 16. Jahrhundert gedacht, die ersten frühen Denker in der Pädagogik. Nur dieser Text, wenn ich das nicht dazuschreibe, den kann ich heute umgeschaut in eine Präambel reinschreiben, das wird dann erst zeitgenüberschüsse erleben. Man müsste nur das Schüler-Schülerinnen machen. Also man müsste es noch Tschendert, aber das Ding ist gegessen. So, und jetzt sehen Sie diese Schule, von der ich gesprochen habe. Das ist die Schule, wo ich auch schon damit was zu tun habe. Hier habe ich übrigens auch maturiert, 1984. Das ist eine sogenannte Monsterschule aus den 70er Jahren. So hat es ausgesprochen, bis wir fertig waren, 1974. Sie sehen, also ohne Natur war man schon ganz schön bedient, als Architekt. Das macht dann schon einen großen Unterschied. Und Sie sehen hier, was hier passiert ist. Dieses Ding ist wie ein Zetzbaukasten zusammengestellt worden in Beton. In den 70er Jahren war es aus den 50er Jahren heraus, in Kontakt mit den Engländern und den Amerikanern, war eine der Ideen unter dem enormen Neubautrunk in Schulbau. Also es musste in kürzester Zeit ganz viele Schulen gebaut werden. nicht nur wegen dem Krieg, aus den 50er Jahren sondern auch wegen der sogenannten Bildungskatastrophe, weil man einfach mehr in die Breite gehen wollte mit den Schulen und auch den höheren Schulen. Und der Druck war so groß, dass man Systeme gesucht hat, technische Systeme, also Fertigtheitsysteme, die Engländer haben sich in Stolkwacht, die Österreicher, in Beton. Und es hat eine große Studie gegeben, diese Schule, das Bundesschulzentrum und das erste Bundesschulzentrum in Österreich übrigens, ist eine dieser vier Schulen, die damals als Prototypen entwickelt wurden. Da hat es ein anspruchsvoller Wettbewerb, ich komme noch gleich dazu. Was gut ist an dieser Schule ist die Raumschöpfungsidee. Die Kulturwankranten der österreichischen Schulpasserie im Wettbewerb, in der Schwerin, da geht was den Namen weg, Jedenfalls Split-Level war das eigentliche Ding, Split-Level heißt halbgeschossig versetzt. Also die zwei zentralen Flächen sind halbgeschossig in einem Klassenpark und versetzt, man sieht immer nach oben. Sie sehen das auf der Verzeichnung mit den Stufen und den Sitzstufen schon da unten. Ich zeige Ihnen das Foto dazu. Das sind links die Klassenparkte, die sich nach hinten verändern, rechts zwei Geschosse mit allgemeinen großen Flächen und dazwischen ein großer Luftraum im Split-Level mit Sitzstufen. Das war die Main Idea, das war sozusagen der Winning Point im Wettbewerb damals. Sie sehen jetzt hier aus der großen Aula von unten auf die Sitzstufen fotografiert. Diese große Aula hat ungefähr 20 mal 20 Meter, die Schule hat 1600 Schülern, die Aula geht es mal zwei, sieben auch viele große Flächen. Heute wird es das Ding so nicht mehr bauen, wird keiner mehr zahlen, wird auch keiner mehr mit den Raumprogrammen durchgehen lassen. Das war auch natürlich eine üppige Zeit, es ist ganz viel Fläche vorhanden. Ich zeige Ihnen jetzt ein Bild von heute, das ist eine Ausstellung, die wir gemacht haben im Mai, gerettete Schulraumgeschichten. Sie sehen hier wieder die beiden Sitzstufen, die auf dieses Karree von 10 mal 10 Meter hin schauen. Diese Schule hat aufgrund dieser großen, großfliegen Raumflächen ein enormes Schulleben entwickelt. Also hier ist das auch ein Beispiel dafür, wie der Schulraum sehr wohl etwas begünstigen kann. Wir haben noch Equipment, ich glaube, die kennen wir als Vorbild von den Rolling Stones auftreten und die sind ja technisch total fit. Diese Schüler, die hier in der Technik arbeiten, sind auch die, die das Video gemacht haben. Die könnten Sie mal auch einmal, um hier zu unterrichten, würde ich sagen. Die sind echt fit, die Jungs und die Mädels. Und Sie sehen hier die obere Aula, das ist die sogenannte Teppich-Aula, die ist einfach leer. Und jetzt, wo der Ganztag schon lang zum Beginn, zweite Klasse, dritte Klasse, das sind je fünf, sechs Klassen, also zehn Klassen sind ganz Tag, das sind ungefähr 250 Schüler von 800, fängt das Ding an zu wachsen, diese Aula. Und es gibt dann auch Traditionen, wie zum Beispiel jedes Jahr ein großes Picknick von den Maturantinnen und Maturanten, die einfach mal einen ganzen Tag lang oben sich ausbreiten und Lehrer bewirken und mit sie einladen, mit ihnen ein bisschen ein Sech zu bringen, im Schulbedingten. Und von dem habe ich jetzt nichts Horsches gesagt. Jetzt noch mal ein bisschen was Anstrengendes für Sie. Das sind, stressen Sie mich nicht, das war nicht Spränge von Wetterwerten, das ist schon diese ja, bedeckten, so ein Ding, abgegeben, als Zeichnung. Sie sehen hier rechts eine Größvollzeichnung und rundherum vier kleine, die vier kleine Zeichnungen zeigen, was mit diesem großen Ding als Varianten in Szenarios passieren kann. Das ist dabei nicht wichtig, das Spannende ist, die haben sich das alles durchgedacht. Wenn man sich das jetzt genauer durchlässt, muss man einfach schwinzeln, was gibt sich aber später, als erzählt wird. Es gibt den Nutzungszustand eins bis vier und den Nutzungszustand vier, den werde ich Ihnen jetzt genauer erklären. Auch die Legende ist spannend, Sie sehen hier alles, Großgruppe, Kleingruppe, Einzelabend, Zetze, alles ist da, 1970 erdacht, 1974 nicht gebaut. Die Nutzungsvariante eins links oben, die erstickt und erstarrt in Gipskabendenten, die wurde gebaut. Sie erinnern sich, das ist zu viel Angst, das ich da reingeschrieben habe, ganz am Anfang. So, das ist jetzt dieser Nutzungszustand vier, die Jahrgangsübergreifende spontane Binnendifferenzierung, das haben Sie auch mit Decken ausgedacht. und Sie sehen die Symbolik, links oben diese, die schaut aus wie so ein Waschmaschinenknöpchen, das wäre jetzt ein Hörsum, die hat 60, 70 Schüler für ihre Instruktion. Dann sieht man, es gibt einen neuen Stoff, die 8. Klassen setzen Sie alle zusammen, es gibt dann eben 40 Minuten und die hört sich was an, wenn man sich an der Kirche bürgerlich oder sonst was hört. Dann gehen Sie wieder raus und arbeiten in dieser Fläche irgendwo, in irgendwelchen Setting, je nachdem wie sich die Schule aufstellt. Das ist alles möglich in dieser Schule. Die hatten aber Stützen, Sie erinnern sich an das Bild mit diesem Kreuzchen und dem Stützenraster. Könnte man alles machen, wenn man die ganzen Gipskatotten mit der Ketensäge in eine Wohnung raus sägt, aus dieser Schule ist dieser Zustand herstellbar. Und so ist das Detail und vielleicht erkennen Sie jetzt schon ein bisschen die Möbel mit diesem oben, links oben, der große Hörsaal, rechts quasi ein zentriertes Errangemung mit einer Schiebewand in der Mitte. Sie sehen da der Tischstein, Einzelarbeitsplätze etc. Und hier ein 1 zu 50 Modell, das ist so groß wie dieser Tisch hier heraus. Das ist leider verschollen, sehr schade. Also das sind da die Originale, die ich, wie man mal nachher denken und vor kurzem in der Judin wie ergattern konnte. Die haben das liebevollst gebaut, die ganzen Szenarien, dass sich das die Pädagoginnen auch vorstellen können. Die Leute, die damals am Anfang haben Lehrer, sind jetzt ungefähr in der Pension, also kippen gerade rein in die Pension. Und wenn man mit ihnen redet, sagen sie alle, na und, hat keiner was erzählt. Also das war, wenn der dabei war, war der Direktor dabei, die haben nichts davon erfahren, nichts davon gewusst und konnten ja gar nicht grundsätzliche Ideen, die da drinnen stehen, nämlich zum Beispiel auf das Team-Teaching, das sieht man Leute, die sind auch von der Basis, oder auch Experten, also dezentrale Lehrerschutzpunkte, Werbung-Ringenschutzpunkte gebaut hat, die sind einfach Versammlungen, die es braucht war, weil keiner wusste, dass das eigentlich für was anderes getrocht war. Also, lack of communication, misunderstanding in Prozess und das ist nichts passiert. Gipskarton war dann sozusagen die Lösung. Und was hier passiert, Sie erinnern sich an das Bildchen, ich mache jetzt eine Wiederholung, kurz von Stoff, wir gehen jetzt nochmal gedanklich von der Vormoderne in die Moderne. Wir marschieren jetzt zurück, Entschuldigung, das ist das, was ich Ihnen vorzeigte, ich habe jetzt mit einer Wiederholung, das ist vormoderne zu moderne, vom alten europäischen einen Raum in dieses Addieren von lauvergleichen Räumen. Also das, das habe ich Ihnen als erstes gezeigt. Der Weg zurück in den 70er Jahren war gerollt, hat nicht funktioniert. Das ist jetzt genau die Umkehrung dieser Situation und man kann auch die Begriffe umkennen, man muss nur eigentlich einen austauschen, damit man es nicht merkt, dass das nicht aus der Jetztzeit ist und das habe ich Ihnen hier rot markiert, das ist sozusagen die Altaub-B-Sche Einraumschule, die muss man jetzt mit I-O-C-S-L-Architekten geschrieben, Zeits-L-Architektinnen auch, die nachmoderne Lernlandschaft, also mit Lernlandschaft kann jetzt wahrscheinlich alles anfangen, also das ist das das Anse, was man austauschen muss und dann ist das Ding wieder retour. Das waren etwa 300 Jahre einmal hinten und einmal her. Und jetzt kommen wir in unserer Zeit in unser Jahrtausend, das ist jetzt 40 Jahre nach 1970, jetzt kommen ein paar neue Aspekte dazu. Ich brauche Ihnen nichts, als ob der Computer alles mit uns schauen gestellt hat und mir mit dir an und wir wissen alle, was es mit der Migration an neuen Impacts und Themenstellungen und Haltungsaufnahmen an uns gibt in der Gesellschaft, wir wissen auch noch nicht, was wissen wir eigentlich was Inklusion bedeutet, so muss man es sagen und der Ganztag, der ist jetzt gerade so in einem parteipolitischen Krampftag und wir haben gesehen, wie es sich entwickelt, aber früher oder später in welcher Form auch immer, welchen Wording auch immer wird das Ding da sein und zwar nicht, weil es die eine Partei besser ist als die andere, sondern weil die Gesellschaft sich so entwickelt. Ganz einfach, da braucht man eigentlich nicht lange drum herum hinnehmen, das ist eine Tatsache, eine Logik der Gesellschaft durch eine Entwicklung und jetzt kommt, und das ist das Spannende eben, Unterschied zum 1970, weil wenn man die vier Dinge jetzt noch mitnimmt, ist aber vom Lernen und der Pädagogik, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch, was die Schulraum in Bex betrifft, hat sich nicht so viel getan. Es ist in den 70 Jahren schon viel gedacht worden, was diese Lernlandschaften betrifft. Und jetzt kommt die Hirnforschung daher, Gott sei Dank ist die Hirnforschung der harte Naturwissenschaft. Stellen Sie sich stolz, wer irgendwas esoterisch ist, da könnten die alle heimgehen, der Hüter, der Spitzer, der Rot, die haben die Bücher sicher gelesen, das eine oder andere, oder zumindest den Deckel, den Covertext, wo man sich sagen können, sie haben es gelesen. Und jetzt kommen die daher und da isen wir uns schon langsam, Schritt für Schritt, dass das eigentlich alles war, was der Hausverstand schon bewusst hat und was auch die Geisteswissenschaft schon alles sagt. Und jetzt kommt es also so ein schweres Geschütz und jetzt müssen es dann alles glauben. Auch wenn es alles wirklich klappt. Und das ist die historische Situation, die ist neu und deswegen habe ich Hoffnung, auch wenn ich Realist bin, also ich bin nicht mehr Realist, das muss ja auch sein, das ist eine Sache, deswegen habe ich Hoffnung, dass es jetzt 40 Jahre später gelingen kann. Und das ist das aktuelle Bild dazu, das ist sozusagen das letzte von diesen schwarzen Bildchen, mit weißen Zeichnungen, es schaut fast gleich aus wie in den 70er Jahren, Sie sehen wieder diese Stützenkreuzchen, aber Sie sehen nochmal drei Richtige da drinnen. Das heißt, was in den 70er Jahren für Sie ausschaut, vielleicht sind eine Art extra so gesagt, wie eine Tiefgarage, das könnte man jetzt mit einer musikalischen Dachsau als den Beat bezeichnen, den Rhythmus. Das ist das, was der WC wirklich vorgastet. Jetzt kommt aber, und das ist wichtig, und das ist ein Mako, etwas sagen darf, wenn ich nur der 70er Jahre, jetzt kommt zu diesem Beat, jetzt kommt die Melodie dazu, also wir denken, ich kann uns ja kurz singen in der Schlechtmusik und ich glaube, also die Melodie, die Melodie, das ist wirklich auswärts, die Melodie ist, sind diese Rechte gemacht worden. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich damit meine, wir befinden uns jetzt in Dänemark, ja, wer kennt dieses Beispiel von Ihnen? Ahne, das gibt es nicht. Roland, du kennst es auch, was nicht aufgastet, ich habe es dann schon mal zurück, mit dir wieder zum Rechten, noch an, du kriegst eine Metapest. Hellerupskollen, ich muss ehrlich sagen, das überrascht mich, aber das zeigt mir auch, wie viel die Architekten und Architekten mit den Lehrern und der Arminen reden müssen. Ich kann es schon fast immer sehen, das Ding, es sind fast alle, für mich gefühlt, alle schon hingefahren und haben sich diese Schule angeschaut, die ist es in den Vorrat nördlich von Kopenhagen, die Hellerupskollen, rein Gymnasium in Dänemark. Das ist eine Blechkiste, die schaut so aus wie die RTL TV-Studio aus in Köln, das ist irgendwie nix, das ist einfach eine billige Kiste, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, Kieferachstützenraster, das ist außerbillig, das muss man halt so machen, sonst planiert es die kleinen Kosten, Testschungsprogramme, die Schulbaudirektionen, also die Kiste ist eigentlich ziemlich trocken und günstig und sie schaut so aus, stressen Sie dann nicht Ihr Erdentropes gleich, also Sie müssen jetzt nur eins, was Sie erst erkennen wollen, nämlich, dass das ein rechte Kissen mit einer Eckenrohung ausgewickelt wird, aus der Brunse, dann bleibt ja erst weiter unten bis dann in ein Probe reingeschossen. Die Schule schaut so aus und Sie erkennen jetzt vielleicht nicht mehr die Kreuzchen, aber diese Punkte, dass Sie jetzt die Stützen wollen, das ist schon konkreter Plan, Hartz-Bachter Plan und diese Pünktchen sind die Stützen, was haben wir jetzt sozusagen bei diesem Thema? Halbe Stunde. Halbe Stunde, nach 15 Minuten, okay, gut, okay, oh nein, oh nein, es geht sich aus. So, und jetzt zeichne ich Ihnen hellblein das Herz dieser Schule, das ist ein Loch in der Decke, das ist der Luftraum. Sie sehen gleich ein Foto dazu und das, was da drinnen ist, diese Kreuze, diese Schrägen des Vergessens, das Symbol für das Loch in der Decke und da mitten drinnen sind dann diese Fünnstriche, das ist eine Spiegel. So, so schaut das Ding aus, wenn man ein Foto sieht, das ist das Herz. Das ist, was ihr in diesem Beginner in den Hund ist, mit diesem fantastischen Akaden. Übrigens, es wäre gut, wenn man auch in der Schulzeit bildlich schön ausstellen könnte, die sind nur im Sommer draußen, das wäre total kass, dass der beliebt ist. Das ist ein sensationeller Raum, das muss man genießen. Entschuldige, ich muss das sagen, ich bin Architekt, ich halte es nicht aus, wenn es nicht so geht. Ich meine, das erste große Mal, dass Schüler in der großen Pause, wenn sie es nicht bringen, die sehen es nicht aussehen. Das ist ja robisch, oder? Also, das ist das Herz dieser Schule, das ist der Innenhof, das ist der Sensor-Kloss 2000 Plus in Denemark, wenn Sie so wollen. Hier, glaube ich, bei einer Schulveranstaltung, dieser Kommunikationsraum, dieser Wir-Raum, dieser Identifikationsraum für den gesamten Schulkörper ist natürlich auch ein Funktionsraum, der kann auch was, der ist für Veranstaltungen und Veranstaltungszahlen. Und Sie sehen rechts oben, wenn man so reinschaut, da gibt es nirgendwo wirklich Wände, da gibt es nur ab und zu so einen Raum, wo man wieder rundherum gehen kann. Und das ist jetzt das nächste Bild, ich habe den hier grau markiert in diesem Grundriss, was die Räume sind, die geschlossen sind. Fluchtschiegen, Toiletten, ein paar Lagerräume und auch ein paar Teamräume für die Lehrerinnen und Lehrer und ein paar Rückzugsräume. Also ein paar Funktionen sind explizit weg. Technischer Natur und Ruhenatur, sage ich mal. Und der Rest, was jetzt weiß ist mit den Punkten, das ist jetzt die Fläche, auf der man herumlaufen kann. Und auch eine Frau herumlaufen kann. So, jetzt kommt dort rein, die sechseckigen Dinge, die habe ich jetzt selber reinproduziert, und ich habe keinen sauberen Plan gefunden, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich wollte sie mit den komplexen Plänen nicht belassen, das ist sechs. Das sind jetzt so Möbel, die sind ungefähr drei Meter durchmesser, sechseckig, zweieinhalb Meter hoch. Das sind so etwas wie Kabine und Teuern, die für Kleinkommenaktionen im Raum herumstehen, wo man reingehen kann und kurze Session hat, zwischen zwölf und achtzehn Schwimmerinnen und Schwimmern und die gleichzeitig als Boxen im Raum den Raum auch zollieren, dass sozusagen Zonen, Mischen, nicht so einsichtige Stellen und so weiter entstehen. So, Sie sehen jetzt ein, und Sie sehen auch, wie billig das gemacht ist, sicher ausgenudeln und ausgereizt, was Sicherstellerei zum Schluss, wie jetzt nur, wenn man Stuhl baut, aber das ist nicht wichtig, noch einmal jetzt auch die Idee. Sie sehen hier die Schüchte, aber natürlich, die diese Kleingruppen auch für etwas anderes, jetzt sage ich, nicht mies brauchen, sondern selbst brauchen. Sie verwenden es für ihre Arbeit, ihre Selbstarbeit oder für die Kleingruppenarbeit zum Beispiel. Und das ist, auch wenn es gedacht war, als etwas anderes. Und das ist die Qualität einer Schule, wenn es viele Situationen und Tätigkeiten ermöglicht, die nicht unbedingt geplant war. So wie es einen geheimen Wehrplan gibt, gibt es sozusagen, müsste es in einer perfekten Schulgebäude auch, in einem guten Perfekt gibt es nicht, in einem guten Schulgebäude auch einen geheimen Funktionsplan geben. Im Idealfall war es das immer mit der oder die Planerin, weil das ist wirklich geheim. Als wird es esoterisch schon jung. Also, Sie sehen hier, in diesen Flächen gibt es dann Zonen, wo immer ein paar Boxen da stehen, sodass es ein bisschen abgetrennter ist und dort gibt es dann Instruktionen, wo kommen noch die Siebkastert haben oder so und die kriegen dann wieder einen Schub eben, bleiben auch beim amerikanischen Bürgerkrieg. Und überall gibt es einen Computerzugang, Eltern und dieses Herz, das sich darauf dreht, sodass man auch immer weiß, und Frau auch immer weiß, wo sie ist, er ist, das ist ganz wichtig, die Grundorientierung in einem Gebäude, dass es nicht eine negativ labyrinthische Sache wird, weil ich komme heute aus Brixen, aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft in Brixen, ich bin echt Katottenwert im Raum, aber ich habe mich dreimal verwendet und das ist echt ein total tragisch-komisches Zeugnis für meine Kolleginnen und Kollegen, die das dort geplant haben, das ist einfach eine Katastrophe, das darf nicht passieren. Das hier funktioniert ganz gut, also alle die Leute, die dort dort sagen, es funktioniert, man muss das natürlich noch länger beobachten, das Ding ist jetzt in Betrieb und schauen, wie das wirklich läuft. Und das funktioniert nicht als Raum an sich, sondern mit einer gewissen Schulkultur, die diesem Raum wirklich gewachsen ist. Das ist der erste Teil in diesem Wort Schulraumkultur. Ja, also, das ist jetzt dieses Dänemark 2000 Plus, ja, und da habe ich unten rot dazu geschrieben, das war jetzt den Rollbau. Das ist aber nicht im Gegensatz von den 70er Jahren unser Hauptprogramm, das wir haben, wir sind eigentlich im Umbau. Das ist das, das Diezeichen. Also, wie kann man jetzt so eine Schulgeldklasse, Klasse, Klasse verändern? Und ich zeige Ihnen jetzt ein zweites Beispiel aus Österreich. Wer kennt das, Alberschwende? Drei, vier, super, okay. Na ja, das gibt mir da unzunehmlich Kraft, in das wirklich zu gerne, aber jetzt wird es endlich mal, es ist unschuldig dummig, ne? Also, es wird jetzt noch eine Viertelstunde dauern, ist das okay für Sie? Ja? Ja? Okay. Alberschwende, hier ist passiert, da hat ein total gescheiter Pädagoge aus der KTH in Wien, der Franz Hammerer, der kennt sich, einige von Ihnen, mit einem total kundenberechter und an großen, also an belassenen würde es sein, das war sozusagen diese personelle Melange, die dieses Ding ermöglicht hat, trotz, oder wenn wir sagen, auch der Verhandelwerger Schulbau, ich finde, also Systemumstellung heißt, das, was da steht, erklärt, ich werde das jetzt im Einzelnen erklären, das Ding ist, die haben einfach eine andere Art vom Unterricht versucht, ja? Und jetzt kommt es, der Hammer ist, die haben in den Trakten, wo die Klasse sind, von diesen Gesamtflächen des Grundrisses, von Geschoss, knapp über die Hälfte wirklich zum Lernen kommt, für die Klassenzimmer, da hat es diese Sammlungsräume und so weiter gegeben, und die haben das Ding, ich glaube das nicht, ich werde das einmal nachmessen, das jetzt übernommen von denen, aber Arbeiter von 55 auf 75 steht, ist das eine Sensation, und das ist, ja, Wirtschaftskrise grüßt Gott, eine Wirtschaftskrise grüßt Gott, das ist nämlich die Antwort, es geht nicht darum, und da waren die Beamten so Angst, wenn man sagt, machen wir Antizipation, reden wir mit dem Land, setzen wir uns zusammen, die sind die Profis vor, wir sind die Profis mit der Planung, wenn wir, das ist wie Anfekt, wenn wir das lernen, wenn wir eine Portur rücken, dann verstehen wir, was die wirklich brauchen, und dann machen wir mehr als die gleichen Partner, das glaubt es uns halt nicht. Jetzt müssen wir das mit ein paar Pilotprojekten in den nächsten drei, vier Jahren zeigen, und ich glaube, dann wird das gemacht, weil es den Skleidikurs wie das, was bisher gemacht wird. Manchmal kostet es sogar mehr, da gibt es schon Studien, die sind aber noch unter Verstoß. Das Alte. So, was ist passiert? Das ist der Bestand, Sie sehen, das Graue ist die Gangfläche, links ist ein dickes Grau von unten rauf, das ist der Hauptgang, der gibt jetzt nicht, und ab dieser, wo dieser rote Doppelpfeil drinnen ist, das ist das Ding, das jetzt besprochen wird, das ist der Klassentakt. Sie sehen die zwei großen Quadrate, das sind die Klassenzimmer, und der Graue Ding ist der Gang. Oberhalb des Gangs sind die Gesammlungsräume, die Seeräume, und unterhalb sind die Nebenräume. Und jetzt verzichten die, in jedem Geschoss, an die Funktionsräume, an den Computerraum, zum Beispiel. Das ist überhaupt das Absurd, dass man heute sogar mal Computerräume plant, in einer Schule, die Kids machen uns aus, und die schenieren mich, an 17 Jahren zu sagen, ich mache einen Computerraum mit den großen dicken Dingen, wo sie sich nur setzen, das ist lächerlich, der wahrscheinlich schon Leistungswege ein Handy ist, und der meistens will ich lernen, wenn das wirklich geht. Es ist so abab, und ich verstehe nicht, warum das überhaupt mal existiert, warum man sich kurz plötzlich ins Eckart stellt und schenkt, in Wien und in den Bundesregierungen, sie neunmal ist wieder ein Bund, und es überhaupt nur in irgendeinem Programm sich hinschreiben kann. Verzicht auf Funktionsräume, dass sie sich eine Forschung vom Plan machen können, so schaut das im Bild aus. Das ist dieser tolle Gang, enorm sexy, Sie sehen schon, wenn wir da reinkommen, in der Frühjahr, wir filmen, das klasse Ding wieder in meiner Stelle, und links und rechts kommt jetzt der Stämmer und der Säger und sage, wie die Dinge aussehen, also diese Wandteile, die ausstrichen, das ist wie im Wald, wenn man oben markiert, die vor, wenn ich wegkomme. So, und dann passiert eine Systemumstellung, man vereinnahmt diese Ex-Erschließungsflächen, die jetzt gelb sind, und sagt, nein, die gehen wir nicht zum Erschließen her, zum Flüchten und zum Blödelmaschauen und zum Escher-Habfressen sein, wenn einer kommt, nein, die verbläht man zum Erdbeeren. Und so schaut das dann aus, wenn das Ding herausgesägt wurde, das ist jetzt, dieses Kreuz, ich gehe nochmal zurück, zwischen dem neuen, grauen Verritte und dem Gelb, das da oben quer drüber geht, das ist das Foto dazu. Und Sie sehen da oben diese Linie, die man ja dazu gemacht hat, wo früher die Bauern waren. Man hat einfach dieses Ding aufgemacht. Licht, Luft, Sonne, übrigens in den Forderungen der modernen 1920 Fernbedeckten, das ist hier sozusagen 2007, aber gebaut worden, 100 Jahre später. So, und dann Systemumstellung, nächster Schritt, der Franz Hammerer ist ja ein Experte auf den Montessorienpädagogik, muss man dazu sagen, das wisst ihr jetzt besser als ihr, und das um diese vorbereiteten Umgebungen, um Lernworte, da sage ich als Architekt dazu vor allem auch, da geht es, also mein Gedanke, wenn ich das höre, ist ja auch, es gibt hier eine Liebe zu den Dingen, und eine Liebe zum sorgsamen Umgang mit den Dingen, das fast dringt mich als Architekt, zwar in Montessorienpädagogik, und die Pädagogik kann mich ins CIR nicht ausstreiten, vielleicht zum Ungerfügel, was weiß ich was, aber das Spannende ist, dass hier eine Liebe mit den Dingen als tagtäglich gelebte Kultur verhanden ist, und das ist was, was ich glaube, was eine Umwegrendabilität ist, für das Lernen im Umgang mit Treuen, und hier gibt es dann, das haben sie geschafft, das haben sie durchgesetzt, da ist ein bisschen mehr Geld drin, dezentralisieren der Materie, das heißt, sie haben vier Erste, zwei Erste, zwei Zweite, zwei Vierte, zwei Vierte Klassen, und die haben alle ihre eigenen Lernmaterialien, und die sind nicht irgendwo in der Kammer, wo man dann wieder die zwei Klassen von der Klasse hinschickt, dass sie es holen, weil man weiß, die kommen gerade hier wieder ins Buch, nein, die haben es dezentralisiert, die Lernmaterialien sind immer da, und immer verfügbar, und keiner muss sie extra holen, aus ihrer Kammer, und das schaut so aus, als ob sie in der Minden markiert, dezentralisieren Materialien. Ja, und die Sonderfunktionen, Computer und Kleiner, Gruppenzentrum, das sind alles integriert, in diese Flächen. Sie sehen, hier sitzt eine Gruppe, vorne wäre die Computer, da sitzt das Leben, zwischendurch und rundherum, ganz anders, als das, was wir noch vielleicht aus unserer Schulzeit kennen. Wohnen, statt aufgewandelt werden, auch das ist ein Ganztagsbetrieb, Räume fürs Leben, statt anstalten, das ist halber Spende. So, einen dieser Hirnforscher, den kennen Sie wahrscheinlich, nein, so was uns aus ZDF-Interview, den Bernd Precht, nein, nicht Bernd Precht, der Hübsche, dieser Philosophen, die wegen der Vorderter, da bauen Sie jetzt auch mal, Englisch, der Hirnforscher, der Hübsche, der jetzt auch mitbringt, also der hat ja den Hübter, den ZDF-Interviewt, kann man sich anschauen, ist auch interessant, trotz allem, der Hübter sagt ja, und ich glaube das einfach, ich glaube das wirklich, was hier steht. Also wir orten das allein, aus dem, wie viele Gemeinden, Kommunen uns anrufen, und fragen, können Sie was machen? So, machen wir mal was anderes, Also jetzt drückt es und zwickt es schon überall, also Sie wissen ja, in unserer Gesellschaft ist diese Beteiligungskultur auch ein Aspekt der Zunehmung, die Individualisierung, das gibt es beim Geld, das gibt es in der Wirtschaft, das gibt es in der Politik, die Debatte über direkte Demokratie, noch sind wir nicht mit der Partizipativen, die kommt auch noch in Vorhand, da gibt es das schon. Und das ist auch im Schulhaus, man kann heute kein Autorraum mehr bauen, einfach ohne dass man mit irgendwelchen Presen rechnet und das ist auch in einer Schule so. Und Sie rufen immer mehr an. Ich glaube wirklich im Sexjahr schaut das Ding anders aus. Wir sollten uns noch mal treffen beim elften Mal von den Impulsen wieder. Scheiße, ich bin jetzt gleich der Danklehrerin. Ja, so und jetzt sind wir mit dem Stoffdruck an in der Zeit und ich habe eigentlich noch was zu zeigen, nämlich das, was ich gemacht habe und ich mache. Ich habe Ihnen ja vorhin das Video gezeigt, ich unterrichte nicht nur Architektur bei der Kunstlui, sondern ich unterrichte an mir bei zwei Stunden in der Woche in einer Gymnasium, die Siebtklasse, die 17-Jährigen im musischen Schulzweig, da gibt es Architektur am Lehrplan. Und da mache ich eine. Und was ein bisschen sensationell an dem Video war, ich habe eigentlich fast nichts gemacht. Die hat man mit einer so lang gegräbt, bis die eine Idee gehabt hat, dass man, was man mit einer Toilette noch machen kann. Weil bei Hassort in den meisten Schulen ist er mit Toilette, bei den Mädels und bei den Jungs. und wir haben es jahrelang besprochen, wir haben total viel gelernt von denen. Also die Jungs haben vor den Mädchen erzählt, war eine gute Klasse, muss man dazu sagen. Also die Klasse, jetzt reicht, ich habe erstmal ein Spiel. Die Jungs haben vor den Mädels gekriegt, wie sie sich eigentlich stressen mit den Visoirs und die Mädels haben die Jungs erzählt, was ewig zu wenig los war. Das ist wieder so eine Verwirklichkeit. Jetzt wissen wir seit wahnsinnigen jahrzehnten, wie viele Frauen werden wir nicht aufs Klo müssen. Und wie viele Frauen werden wir nicht in Schwange stehen. Und das ist im Schulnachlauf. Und die brauchen immer mehr Schalen bei den Bissstände bei den Männern als bei den Frauen. Ich verstehe nicht, dass ich da noch keine einzige Trauenbewegung mit mir etwas aufgeregt habe. Aber das ist eine totale Feldfunktion. Das ist eigentlich immer eine Wissenschaft, die da untersuchen. Das waren nur zwei Stunden und ich denke mir so, das müssen wir ändern, weil das ist aber ein Sinn. Fertig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht mehr. Ich bin irgendwie wieder aufgeregt, das dauert noch nicht mehr. Entschuldigung. Und jetzt komme ich zu dem, was wir machen. Ich bin ja nicht nur auf der Uni, die ich als Lehrer und in einer Schule als Systemaußenstehender, der es ein bisschen leichter hat, sozusagen als externer Kasperl, sondern ich arbeite auch. Und wenn ich arbeite und mit Lehr- und Schulraum entwickle und auch jetzt ab demnächst hoffentlich baue, also das wird passieren, das wissen wir mittlerweile schon, dann habe ich eine Arge, eine Arbeitsgemeinschaft mit den Non-Komform-Architekten in Wien. Einer von denen sitzt da hinten oder steht da hinten, sehr kärnt, aus Moosburg. Ich weiß ja, vielleicht sage ich Ihnen an der Bildungscampus Moosburg was, was hin wird kann. Und die arbeiten mit uns, was die Raumentwicklung betrifft, mit der Melodiker von Artikeln-Werkstatt. Das ist ein Prinzip, das die Non-Komform entwickelt haben und die es mit mir gemeinsam für Schulen adaptiert haben und das mit jedem weiter adaptieren, weil wir ja ganz viel gerne an jemandem brauchen. So, ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder, wie das läuft. Ich zeige es Ihnen aus dem Bundesrat, wie man aus dem Traum wo ich arbeite. Diese Monsterschule ist in den 70er Jahren. Hier ist es tatsächlich gelungen, über Geld vom Ministerium und dem Landesschulrat eine Vorartige-Werkstatt zu machen. In drei Tagen ist alles anders. Was haben wir gemacht? Wir entwickeln das Ding zuerst ein... Es schaut so aus, dass die Kinder das Ding einwickeln mit uns, ja. Unter Aufsicht des Schulwalds auch nicht. Und ich weiß nicht was alles, ich sehe ja nur keine Angst, es ist auch kein Kind, wo runtergefallen, um es dann zu entwickeln. Der Witz dabei ist, dass auf einmal alles anders ist. Ich komme in der Fuhr und das Ding ist eingepackt, ja. Es macht was mit den Leuten. Eigentlich sind es über 1.000 Schüler, aber die Hacken und die Hasch waren dabei. Wenn 1.000 Schülerinnen in so ein Gebäude reingehen und in der Fuhr ist das Ding auf einmal einpackt, mit gelben Band und wo vor Ort die Themenwerkstatt drauf ist, dann hast du schon mal einen guten Anfang gemacht, weil dann wollen alle wissen, was das ist. Und dann haben wir, wie partizipiert man mit 8.000 Schülerinnen und Schüler? Das ist eine wichtige Frage, das ist eine Gruppe, die kann man fast immer moderieren und wir kriegen natürlich nicht so viel gehört, dass wir diese ganzen Techniken aus der Umweltverträglichkeitsbefügung und sonst etwas übernehmen, wo es dann 1.500 Leute gerne in der National Center sitzen. Also wir haben die Kids 3 Nacht vor uns geholt und ihnen erklärt, was 3 Tage immer passiert wird und wir mitmachen, wir machen mit. Das sind eh nie alle, das ist auch ok, aber jeder hätte die Chance oder jede und das macht es dann aus. Jeder wurde gefragt. Und wir installieren in der Schule ein 8.00 Uhr-Büro vor Ort. Wir arbeiten dann einfach live. Das ist heftig, das ist so wie wenn einer von der Westkost zur Ostkost mit Vorraten fährt, das ist körperlich sehr anstrengend, ja. Wir machen das nicht 8.00 Uhr wieder, wie der letzte Sieger, sondern wieder Freitag und da muss man sich vorbereiten, vorschlagen, voressen und dann geht es los. Das sind halt auch impensiv viele Tage. Sie sehen, das schaut dann so aus und wir sind für alle immer da. Die Kids sind natürlich total interessiert, das können Sie sich vorstellen, das ist auch spannend. Und wir sprechen mit allen Parteien, ja. Wir sprechen mit den Gemeinden, wir sprechen mit dem Landesschulrat, wir sprechen mit der Direktorin, der Gerichter, wir sprechen mit dem Reinigungspersonal, wir sprechen mit dem Schulwart, der Schulwart-Ding, gibt es Schulwart-Dinge? Wir sprechen mit den Kids, also mit allen. Und wir haben dafür verschiedene Formate und wir recherchieren, wir recherchieren schon im Vorlauf. Sie können an die Schule begonnen hinkommen, das ist ganz klar. Und das möchte ich Ihnen nicht vorteilen, das ist ein Klassiker in Österreich, zum Thema Raumkulturen, ja. Meditationsraum, die da gehen, später dann eingebaut worden, von einem Lehrer mit eigenen Initiativen, der hat dann einen Schlüssel, ja. Seht ihr, das ist ein Raum, keinem, ja. Sie wissen, deritoriales Verhalten ist nicht im Kortex, es kommt von ganz Lüten und Außen, und es ist damit auch nicht so leicht kontrollierbar, ja. Und der Meditationsraum, von Starts geht geheizt, ist in dieser ganzen Woche, in dieser Woche. Und das ist schlichtweg verrückt, ja. Ich meine, das ist auch noch absurd, ja. Man kehrt sonst ja, dass man Wirtschaftsdose macht irgendwie. Ich glaube, dass sie uns liebt, ja. Sie kann auch als Therapie-Chance gesehen werden, ja. Wenn man jetzt nicht hyperventiliert hat, muss man ganz ruhig bleiben und ich bin in der Zeitraum, ja. Und man kann das, das dauert wieder ein bisschen länger, aber es ist gleich fertig, ja. Und wir recherchieren auch digital. Wir wissen, dass man die Kids am besten mit dem Computer erwischt. Wir haben eine kleine IT-Werkstatt 2.0. Da gibt es Umfragen, der klassischste war, der gewissenste war in der Schule, ja, das freut man sich in der OP-Systeme, ja. Die braunen Flecken sind immer die WC-Anlagen, ja. Und so kriegen wir einfach in Summe ganz viel Information, auch informelle Information. Ja, denn wir essen auch in der Schule. Wir setzen uns dann hin im Büro und gucken und so und essen dort. Und dann kommen die Leute vorbei und reden. Passiert es dann, ja. Es passiert nicht im offiziellen Gespräch, es passiert im, Sie kennen das aus Symposium und Kongressen, ja. Sie werden wahrscheinlich an diesen Tagen mindestens in den Pausen genauso viel lernen wie in den offiziellen Unterrichtseinheiten. So. Und die kommen und da gibt es auch eine digitale Box, wo soll ich was einnehmen können. Und einen von diesen Zetteln will ich Ihnen auch zeigen. Also der ist schon sensationell, wenn der Schüler schreibt, ich brauche einen Raum zum Lernen, ja. Jetzt kann man ja nicht sehen. Das ist jetzt natürlich auch provokant, ja. Weil als Architekt sage ich dazu, du musst lernen zu verstehen, was hinter dieser jetzt formulierten Bedürftigkeit steckt, ja. Und das ist für uns das Interessante. Die Menschen wissen ja auch nicht genau, wie sie das sagen sollen, was sie brauchen wollen. Zuerst müssen sie es spüren lernen wieder, ja. Wir sind ja super desensibilisiert alle zusammen. Da machen wir nichts vor. Und wenn man dann ein Gefühl für sich selbst hat, dass man weiß, was man will, ja. Das dann wirklich einen Punkt zu formulieren ist nicht recht. Und das ist auch für die Architekten wichtig und für Architektinnen zu wissen. Das heißt, wir müssen lernen, hinter dem formulierten Bedürfnis die Primärbedürfnisse zu erkennen. Das ist die eigentliche Arbeit der Architektur, zu erkennen, was sie bei solchen Sätzen stehen kann. So. Ja, und dann gibt es Abschlussveranstaltungen. Das organisieren dann die Kids, die gestalten auch die Räume. Das ist ja auch immer ein Akt der Baukulturvermittlung und des Unterrichts eigentlich, des Lernens. Ja, und zum Schluss gibt es, wie hier im Traum war es ja eine vorgeschaltete Sache für einen Wettbewerb, einen Architekturwettbewerb in Szenarios Stimmungsbilder, dass man so ein Gefühl aufbaut, was könnten sich die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen vorstellen. Aber eine Vision für die Beamten. Die Schule steht ab, was sie will. Wunschkonzert. Wir wissen eh, es darf gleich bekosten. Man braucht keine Angst. Es geht sich ja aus. Es wird sich immer ausgehen. So. Und das ist der Wettbewerbsergebnis, das jetzt demnächst sozusagen den Startschluss kriegt, wenn morgen dann noch andere Inbacks reinkommen sind. Und was haben wir gemacht? Start. Und das ist jetzt wichtig. Es schaut ursprünglich sechs Kassenräume, die man mehr bestellt hatte. durchgesetzt hat, weil er heiß geklaut hat. Drei Jahre lang ist man dann mit einer Liste nach oben gerutscht und so weiter. Und endlich hat man gebaut. Die sind anstrengend für alle. Diese sechs Klassen sind schon da. Die haben wir nicht gebaut. Wenn man die Musikkrone rausnimmt und das rausnimmt, was da drinnen steht und ihr es nicht merkt, die anderen, dann haben wir alle Klassen. Also haben wir zu dieser Schule, die extrem unter Akustik leidet, wie wahrscheinlich 95% aller Schulen. Ich bin übrigens mit einer AHS verheiratet und die regen immer auf. Ich verstehe mittlerweile alles. Wenn ich daheim, glaube ich kann Radiohören heute wie ich schnicken. Das kann man vergessen. Und das, das Interessante ist, wir haben dieser Schule gesagt, auch als Form von Therapie, immer noch im 3D-Verfahren. Man braucht ein ruhiges und ein lautes Haus. Es hat alles fertig. Ich kenne es ja immer. Wenn du Fuchs hierher zu einer Schule noch riechtest, bist du nicht. Das verstehe total. Also haben wir das, was laut ist, zusammengepackt in einem Music-Home. Und das andere, was ruhig ist, chillen, entspannen, Recreation und so weiter, haben wir in ein anderes Haus gepackt. So. Das letzte jetzt, ein letztes. Die Impulsschule Steyr. Ein zweites Projekt. Ich zeige Ihnen nicht Moosburg, weil Moosburg wird jetzt stattfinden. Und in 6 Jahren, wenn wir wieder zusammen sind, werden wir in einer sensationellen Geschichte gerichtet. Ich zeige Ihnen noch ein Bereich von einer ganz anderen Schule. 70er Jahre, 1600 Schüler, riesige AHS-Geschichte. Das hier ist jetzt eine Privatschule, evangelische Trägerschaft. Total viel Herzblut von, weiß ich nicht, 10, 15 engagierte Leid. Momentan 50 Schülerinnen-Schüler, in der Ausbruchstufe 75 Schüler. 3 Gruppenjahrgangsübergreifend Montessori passiert. Themenzentriert. Keine 13 Fächer, sondern 6 Lebensbereiche etc. Also fundamental ein anderes pädagogisches Konzept. Und völlig eine andere Welt, wenn wir da reingehen. Die meisten von uns, die nicht Pädagoginnen kennen. Die sagen, wenn sie so schuldig ist, die jetzt noch was wie so schuldig. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dort sind wir auch diejenigen, die mit denen diese Rolle entwickeln. Und das Witzige ist, wir haben diese Kirchen aus der 60er Jahre in Steyr. Und dann haben wir einen DT-Werk gekauft und unterrichtet. Und dann fahren wir zu 2011 Schule angefangen. Und sie haben ein paar Holzbrillen, meine Knollen und ein paar Regale, wo ich mir klären will. Und fahren wir jetzt einfach an. Totaler Zustand natürlich, aber es geht. Und das funktioniert dann so, dass die Klaner, also die 6 bis 9 Jährigen, die dann gerade eine Selbstlernphase haben. Also die haben das eigenverantwortliches Arbeiten, E-Fastunde oder E-Fastunden. Es soll ja nicht so abgehackte 55 Minuten, sondern immer gescheide Zeitpakete, gut rhythmisiert. Ganz lange Gesamtschule ist sowieso klar bei denen. Die haben wir uns aufgerissen, diese Kundschaft, als partizipatives Architekturplanungsbüro am Architektur der Zukunftskongress am Bodensee. Und dort haben wir mit ihnen das erste Mal gearbeitet, von den Klaner-Zweinpassungen. Und wir wissen ja, wie wir nächstes Jahr mit den nächsten 10 Schüler und Schülerinnen umgehen. Dann haben wir uns gefunden, ich habe inzwischen mit meinen Studierenden auf der Kunsthunde ein Wurfsprogramm mitgemacht, und ich habe 8 Varianten dazu entwickelt. Und wir haben dann mit denen ein Konzept in 2-3 Meetings, Workshops, das ist ja ganz leicht mit 15 Leuten zu arbeiten, die alle nur in, das ist eh klar, ein Konzept entwickelt. Und Exkursionen gemacht, ganz das Wichtigste. Die Anschauung ist das Entscheidende für die Laien. Und haben dann mit denen live gearbeitet. Das sehen Sie mich mit einem der Kollegen von Lonka-Form, auch Erklärten aus Frisach, Peter Nagela. Und das Ergebnis, das wir gemeinsam entwickelt haben, ist eine Vorstellung, wie diese Tätigkeiten und Qualitäten, die man von Lonka braucht, so ordnet, dass alles ganz gut funktioniert. Weil alles geht nie, das war es man. Es gibt immer wieder Sprüche, das sind keine mathematischen Geigungen, die sich ausgehen. Und das ist das Ergebnis, das man gemeinsam erarbeitet hat. Daraufhin gibt es. Und das zweite Ergebnis, das wir hatten, ist, dass wir mit Welten gearbeitet haben, als Vorstellungsbilder. Wir haben gesagt, wir bauen nicht Klassen, oder irgendeine Räume, die wir so kennen, aus dem Raum haben, sondern wir machen eine Welt der Werkstatt, eine Welt der Satellesenwelt, der Dabor, eine Welt der Kulinarik, und so weiter und so fort. Da haben wir mit atmosphärischen Begriffen gearbeitet. Und das Ding wird dann vielleicht mal so ausschauen, eine atmende Schule, wie ich es zu behaupten wage, weil es ja nur an vielen Freiflächen hat, Terrassen, Balkone, also wie so Fühler, so atmende Fühler in diesen Garten hinauskriechen. Und ich erspare Ihnen jetzt diese Grundrisse, sie sind grundsätzlich gezeichnet von einer Raumvielfalt. Der Witz dabei ist, dass wir sagen, nieder, hoch, alte, neue Teile, weit, eng, sitzen, gehen, liegen, stehen, alles ist möglich. Was uns wichtig ist, dass es hier eine enorme Vielfalt im Angebot der Qualitäten und Träumlichkeiten gibt, die die Leute haben. Sie sehen hier oben diese drei Heimaten der Klub mit den dezentralen Lehrersensen. Ich lasse es, ich übersprenne das jetzt, die Aufmerksamkeit immer da. So schaut es vielleicht mal aus in den drinnen. und das war's. Ich möchte nochmal das Architekt sagen, der Raum ist nur ein Dritt versteckt. Das ist ganz wichtig. Danke. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.